Ja, hallo, hier ist der Sven Zeidler, der neue Trainer von Operat 05 in der Verbandsliga Süd in Hessen. Ja, hi Nikolai, hier ist der Sven. Ja, ich wollte dir mal viele, viele Grüße aus dem schönen Frankfurt wünschen. Ja, hab dich ja damals trainiert bei Eintracht Frankfurt, damals auch zu Eintracht Frankfurt geholt im D-Jugend-Bereich. Und das war, glaube ich, die beste Lösung, auch wenn das mit deinen Eltern ein bisschen schwierig am Anfang gewesen ist. Die Überredungskünste gehabt und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das war eine gute Sache oder eine gute Entscheidung, auch von deinen Eltern, dich zu Eintracht Frankfurt zu bringen. Und was aus dir jetzt geworden ist, sieht man ja. Fürth, Mainz und HSV. Letztes Jahr, muss man wirklich sagen, hast du in meinen Augen eine tolle Saison gespielt. Und ich denke mal, du wirst dann einen weiteren Weg gehen, bist mittlerweile ein gestandener Spieler. Und wir sind ja öfters in Kontakt, schreiben uns. Und ich hoffe, dass ich mal Zeit finde, auch mal nach Hamburg zu kommen, beim Training mal zuzuschauen oder zu einem Spiel zu kommen. Und was ich noch sagen möchte, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Alles, alles Gute dir und deiner Frau. Ja, viel Glück für deinen Lebensweg, nicht nur im fußballerischen Sinne, auch privat, was das Private angeht. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Musik 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 Musik